ja hallo ihr lieben wir haben ein ganz tolles video eine ganz tolle aufzeichnung gemacht es geht hier um die heilgesänge in dir und es geht um die selbstermächtigung es geht um dein kehlkopf chakra um deine lebenskraft im becken lass dich überraschen es wird sehr viel mit dir passieren durch deine eigene möglichkeit der selbstermächtigung auch mal selbst deine stimme zu erheben zum erklingen zu bringen und du wirst die wirkung sehr intensiv wahrnehmen und lass dich überraschen was da jetzt alles passieren hat